Hey meine lieben Fans hier auf YouTube, ich habe ganz viele Anfragen bekommen von euch und ihr habt euch gewünscht, dass ich einfach mehr von mir erzähle. Deswegen wird es jetzt hier in der Folge eine Serie geben, wie Steffi als wirklich zu der Steffi geworden ist, die sie gerade ist. Steffi, wie sie libt und lebt oder Steffi, like, nenn es wie du willst. Bleib auf jeden Fall dran, es bleibt spannend. Ich werde dir ganz, ganz viele Geschichten mit Herz und Liebe aus meinem Leben erzählen und ich hoffe, dass du dich in der einen oder anderen Geschichte wiedererkennst. Und vielleicht in einem oder anderen Klickmoment hast. Wer mich kennt oder auch wer mich nicht kennt, darf an dieser Stelle wissen, ich stehe absolut für Transformation. Ich stehe für den Weg quasi von der Raube zum Schmetterling. Und ich habe selber erfahren und weiß aus eigener Erfahrung, dass jede Veränderung immer in fünf Schritten stattfindet. Ich muss mir als allererstes mal dessen bewusst sein, dass mich irgendwas in meinem Leben aufregt, ankekst, sage ich immer und dass ich raus will aus genau dieser Situation, egal was es ist. Das ist Schritt Nummer eins, Bewusstsein. Schritt Nummer zwei, ich muss erst mal verstehen, wie ist das denn überhaupt dazu gekommen? Und ganz oft erkläre ich an dieser Stelle meinen Klienten, klar, überleg dir einfach, was hast du als Kind gelernt, was hast du von deinem Umfeld mitbekommen und kannst du es überhaupt, hättest du es überhaupt anders machen oder anders lernen können? Da kommt immer die Antwort nein. Das bedeutet, ich verstehe, alles klar, das habe ich von meinen Eltern gelernt, wobei ich das keine Elternschelte betreiben möchte, denn die haben auch ihr Bestes gegeben. Aber ich konnte es nicht anders und ich kenne es einfach von damals. Das war Schritt Nummer zwei, das Verständnis für mich und andere. Schritt Nummer drei ist das Loslassen. Viele Menschen tun sich schwer und sagen, ach, wie soll ich denn loslassen? Loslassen bedeutet für mich einfach, dass ich meinen Fokus wegnehme von genau dieser Sache, mich einfach um 180 Grad rumdrehe und dann meinen Fokus in eine andere Richtung lenke. Also loslassen bedeutet einfach, zum Beispiel steck deine Aufmerksamkeit nicht mehr in die Vergangenheit, sondern stell dir die Frage, was soll denn in Zukunft in meinem Leben sein? Das war Schritt Nummer drei, das Loslassen. Dann sind wir schon bei Schritt Nummer vier. Schritt Nummer vier ist die Neuausrichtung. Wenn ich genau weiß, was mich ankegst in meinem Leben und was ich nicht mehr will, wenn ich die Vergangenheit losgelassen habe, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, was soll denn in Zukunft in meinem Leben sein? Und das ist tatsächlich die Neuausrichtung. Meine Lieblingsfrage ist am Morgen eines Tages, wie will ich es denn haben, wenn alles möglich ist? Das ist also die Neuausrichtung. Kannst du dich auch hinsetzen, kannst es aufschreiben. Wie stellst du dir ab sofort dein Leben vor? Zum Beispiel deine Beziehung, dein Arbeitsleben, vielleicht auch deine Finanzen. All das kannst du notieren als Neuausrichtung. Und dann gibt es den wichtigsten Schritt, das ist Schritt Nummer fünf, das ist das Tun, das ist sozusagen das Popo-Bewegen. Die meisten Menschen wissen, was sie nicht wollen, die wissen auch, wo es herkommt, die wissen vielleicht, was sie loslassen müssen und die wissen auch noch, was sie wollen, aber die bewegen leider ihren Hintern nicht. Sag mal, oh! Also, wenn du deinen Hintern nicht bewegst in die Richtung, in die du willst, kann natürlich nichts passieren. Albert Einstein sagt dazu, es ist die Definition von Wahnsinn, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Also, ich habe gelernt, mir ein Modell zu suchen oder jemanden, der schon da ist, wo ich hin will und dann von dieser Person zu lernen und die Dinge so lange zu tun, bis ich da angekommen bin, wo ich hin will. Also, Bewusstsein, Verständnis, Loslassen, Neuausrichten und Tun. Das ist genau das, was du bei jeder Veränderung beachten darfst und jede Veränderung findet genau in diesen fünf Schritten statt. Ja, ich freue mich, wenn dir das jetzt vielleicht den kleinen Impuls gegeben hat, Dinge zu verändern. Wenn du bei der Veränderung bist, dann empfehle ich dir, viele Dinge auch schriftlich zu machen, weil man sagt immer, wer schreibt, der bleibt. Und in dem Moment, wo du Dinge aufschreibst, entsteht im Gehirn ein geschlossener Loop. Und dein Unterbewusstsein sieht sozusagen oder dein Gehirn sieht, hey, das ist ja schon manifestiert. Es ist also schon da, es ist greifbar. Was du unbedingt bei den fünf Schritten der Veränderung noch bedenken darfst, das ist deine Komfortzone. Wir haben einen eingebauten Mechanismus und jetzt empfehle ich dir gut zuzuhören, der verhindert, dass wir in die Veränderung kommen. Unser Unterbewusstsein hat einzig und allein die Aufgabe, unsere Sicherheit zu gewährleisten. Das bedeutet, unser Unterbewusstsein will uns festhalten in dem, was wir als Kinder überlebt haben, egal wie das gewesen ist. Und ganz ehrlich, meine Kindheit war nicht an jeder Stelle cool, aber mein Unterbewusstsein hat die Aufgabe, mich dort festzuhalten. Und immer wenn ich raus will aus dieser Komfortzone, gibt es irgendeine Angst, ein komisches Gefühl, vielleicht eine Übelkeit, ein Schwindel. Und wenn du das weißt, dann kannst du trotz Angst handeln. Denn tatsächliches Wachstum findet immer außerhalb deiner Komfortzone statt. Und wenn ich mit meinen Klienten und Coaches arbeite, dann dürfen die immer folgenden Satz sagen. Der da lautet, ich bin auch sicher, wenn ich XYZ mache. Ich bin auch sicher, wenn ich glücklich bin. Ich bin auch sicher, wenn ich erfolgreich bin. Ich bin auch sicher, wenn ich reich bin. Ich bin auch sicher, wenn ich gesund bin. Ich könnte jetzt noch viele, viele Beispiele bringen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Schau dich also auch gern um auf meiner Internetseite unter www.steffi-christian.com. Siehst du die Angebote, die Seminare. Und du bist eingeladen, wenn du das fühlst, da einfach mal drauf rumzustöbern. Und vielleicht sehen wir uns in dem einen oder anderen Online- oder auch Offline-Seminar.